Musik Pforzheim ist eine wundervolle Stadt. Sie ist liebenswert und gleichzeitig aber auch lebenswert. Wir haben hier in Pforzheim eine herausragende bürgerschaftliche Kompetenz in der Form, dass sich die Bürger einbringen. Sie sind interessiert an ihrer Stadt, sie wollen mitgestalten, sie wollen gestalten und was gibt es Schöneres als dieses Amt, das ich bekleiden darf, in dem Zusammenhang, dass man quasi eben gemeinsam mit der Bürgerschaft etwas auch entwickeln kann. Pforzheim ist das Tor zum Schwarzwald. Landwirtschaftlich, wunderschön gelegen. Der Schwarzwald hier, die Flüsse. Und Pforzheim hat sehr, sehr viele Sehenswürdigkeiten und Highlights. Deswegen kann ich nur jedem sagen, wer Kinder hat, mal nach Pforzheim kommen, hier den Wildpark. Pforzheim ist auf jeden Fall eine Reise wert von nah und fern, wenn die Pforzheimer lieben es, gesellig Freunde aufzunehmen und die Gastfreundschaft zu pflegen. Wir leben Pforzheim. Wir leben die Hits. Die neue Welle.